Darum will er mit Maite Kelly kein weiteres Duett aufnehmen. Die Schlager-News des Tages im Gala-Ticker. Roland Kaiser schließt zweites Duett mit Maite Kelly aus Plus Plus Plus. Anne-Marie Eilfeld teilt intimen Moment mit ihrem Sohn Plus 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 Solo-Auftritt von Maite Kelly kommt im Netz nicht gut an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Roland Kaiser und Maite Kelly hatten ihren Erfolgshit 2014 veröffentlicht. Seitdem treten die beiden Stars immer wieder regelmäßig mit ihrem Duett im TV auf. Im Jahr 2016 gab es für die Single erstmals Gold. Vergangenes Jahr folgte für über 750.000 Verkäufe der fünffache Gold-Status. Für Maite indes sieht der 70-Jährige auch ohne sein Zutun eine weiterhin strahlende Karriere. Die hat so viel Erfolg, die Frau. Ich gönne ihr das so sehr, aber die mag ihren Weg alleine gehen. Da braucht die mich nicht für. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020